einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch heute ein neues video in alterfrische wie immer bis zum 24 ein selbstversuch jeden tag was neues zu bringen und es geht los wie ihr ja wisst bin ich ein udo und wilke fan ich mach mich immer kaputt wenn udo oder der wilke sich gegner immer an schreien und irgendwelche schabernachs machen keine ahnung halt blödsinn und das einfach nur eskaliert jedes mal wenn udo rumschreit und hab mir mal gedacht na gut die haben auch schöne sachen und das ein oder andere könnte mir auch gefallen so gemacht getan also habe ich mir was bestellt und das möchte ich heute mit euch auspacken wie ihr ja wisst bin ich ein cringe zu weihnachten zwar nicht green aber naja der ein oder andere weiß warum weshalb aber gut und das ist vor einer weile schon erschienen das paket und möchte es heute mit euch zusammen auspacken aber seht selber in so ein karton halt grün in so ein Mühe Mühe Haribo macht hinterfrau und in Silberquelle ebenso Und war ich Und war ich bei der Firma bestellt Mein alter Schön dass du bei uns bestellt hast Artikel meiner neuen alter Kollektion nur Nun dir gehören Ich hoffe sehr dass dir dein Artikel gefällt Und sie sind wie du sie dir vorgestellt hast Solltest du noch Fragen haben oder einen Umtausch vornehmen wollen Schreib mir unter Info Denk dran Deine Bestellungen mit Anzugeben Deine Bestellungen mit anzugeben Wünsche dir ganz viel Spaß Mit deinem Artikel Dein Wilke Haben sie hier noch die Waschanleitung Also wie du es heute waschen musst Dann hast du hier Geil Hätten sie Hätten Alle Und zwar Ich habe ja noch nicht genug Hoodies Oder wie sich das nennt Oder Kapuzen Schwetscherz Und habe mir halt So einen geholt Ganz normal Ganz normal Ich bin schön In grün In der Größe N Gut Der riecht ein bisschen Aber Ist ja egal Hat gewaschen und fertig Ach nee Und vorne sieht man das Das ist Das bin ich Das ist wieder typisch ich Ich muss ja immer irgendwas Asgefallenes haben Also für mich zumindest Und Udo und Wilke haben In ihrem Sortiment Das ein oder andere was mir gefallen könnte Oder gefallen hat Das habe ich mir halt geholt Jetzt Zum ersten Mal Das hier halt Und zwar seit ich dich frage was vorne drauf ist Ja da ist geil Kaputt landen Das hier Warte mal Warte mal Ich lese euch mal vor Sex ist schön War Weihnachten ist öfter Das ist bestimmt Das ist einfach nur herrlich Das ist bestimmt Das ist einfach nur herrlich Hervorragend Du kriegst M Ja Ich wurde ein bisschen größer genommen Weil Was sagt ihr dazu Dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben Dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben Wie es euch gefallen tut Ich finde es hervorragend Und Ähm Ja Wenn ihr weiter beim Video sehen wollt von mir Lasst doch ein Abo da Aktiviert die Glocke Einen wohlführenden Kommentar Ja Alles zusammen Ist kostenlos Ja Und Wurde mich freuen Und Bis zum nächsten Mal Gab es wohl Eure Silberquelle Bis zum nächsten Mal